Heute, was geht ab Leute? Ich muss hier gleich noch schnell einen Tower erledigen in Jersey by the Life. Interessiert euch zwar nicht, aber der ist in einer Stunde weg. Mal schauen, was heute so geht. Ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Ich fahre ja auf die MAC. Jetzt gehen wir erstmal zur Bank. Ein bisschen Geld abheben, damit ich da ein paar Sachen gehören kann. Und dann schauen wir mal, was sonst noch passiert. Weil an sich ist heute eigentlich viel los. Wetter ist auch ein bisschen leidend. Aber wie gesagt, schauen wir mal. So, gerade Geld abgehoben. Ich gehe mich noch mit jemandem treffen. Wir machen da einen X-Raid Trigger. Ist aber nur ein 1er. Aber die Arenen dort will ich noch alle auf Gold bekommen. Wieso nicht? Dann muss ich noch packen. Das wird ätzend. Die Kunden kann ich auch noch abholen. Ist mir gerade eingefallen. Den werdet ihr auch noch sehen. gichte? Wie gesagt. So. Das ist mein Liefer. OK. So. Jetzt geht's nach. Wei. Wei. ADI. Wir haben das. So, fertig getriggert, die Faden und Cup of the Raid ist nichts besonderes, nur für die Einladung, falls sie kommt, ein bisschen getauscht habe ich auch noch, habe ich wahrscheinlich schon angeblendet, ein Shiny Alola Kleinstein, Problem ist, bei den Alolas, wenn man die Gunform schon hat, ist es kein neuer Shiny Eindruck, nicht Shiny, sorry, Lucky, ich rede von Lucky natürlich, so, und dann, habe ich hier noch eine Kleinigkeit bekommen, ein paar Süßigkeiten, ein paar Gäste, das passiert, ab und zu, wenn ihr in mein Alter kommt, und ihr habt Freunde, die haben bereits, die schon einen ordentlichen, stabilen Haushalt haben, ja, die schicken mir ab und zu, unterstützen mich mit Essen und so, unter anderem einem Osterhasen, so, schauen wir mal, was alles da drin ist, russisches FiveGum, alles klar, ihr wisst Bescheid, kann ich auf jeden Fall, auf der Fahrt gebrauchen, okay, diese Teile, nicht sponsert, ich mach mal den Namen weg, so, richtig eklige Kapseln, die kann man ins Wasser legen, hat mir mal letztens geschenkt bekommen, also, eine Kollegin von mir und, ja, richtig eklig, Münze, okay, Minions, tic-tac, alles klar, no name, tic-tac, okay, noch ein bisschen Münze, alles klar, vielen Dank, ich, gehe jetzt erstmal was essen, dann hole ich mein Suikun noch ab, und dann packe ich meine Sachen, und dann geht's auf nach Erfurt, so, und schon wieder bin ich da, ich habe noch einen Doppel-Mute-Rate mitgenommen, nehme ich hier mal schnell ein, aber nichts Besonderes, ich glaube sogar, die hatten beide dieselbe WP, muss ich gleich mal überprüfen, ich habe beide hatten 2-2-2-9, naja, egal, so, holen wir mein Suikun ab, bam, oh, ich habe mich schlecht vorbereitet, ich weiß gar nicht, was ein, was ein Hunderter Suikun eigentlich ist, staub, 20 Buckewelle, stabil, stabil, so, und los geht's, Suikun, der sieht schon echt edel aus, 11,74, hm, weiß ich eigentlich gar nicht, Überraschung, bisschen Überraschung hier, so, schauen wir mal, und, easy, erster Ball drin, ok, AI check, wahrscheinlich muss er über 12 haben, so wie ich mein Glück kenne, oh, naja, 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 auf jeden Fall, das war's erstmal von mir, ich, wenn ihr das Video seht, bin ich auf dem Weg zum Mac, in Erfurt, also, wie gesagt, schaut's auf Instagram vorbei, da werden ein paar coole Storys hoffentlich folgen, und mal schauen, was in Erfurt so geht, ich hoffe, was cool ist, ich hoffe, neidik hat sich da was cooles anfallen lassen, und ich hoffe, ich kann coole Videos wählen, aber, das war's von mir, wir wollen liken, subscriben, kommentieren, check die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, check den Shop ab, hab ich gar nicht an, vergesst nicht, Pokémon ist sehr das Business. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.